Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA. Heute zu einem neuen Interview mit Wheel of MMA-Fighter Alex Popek. Alex, grüß dich. Hi, servus. Du kämpfst am 9.4. vor heimischer Kulisse. Du kämpfst wieder in Bayern, nachdem du in Amerika warst. Wie fühlt es sich an, in der Heimat zu sein und bei einer ausverkauften kleinen Olympiahalle zu kämpfen? Super, ich freue mich riesig. Natürlich immer eine schöne Sache, in der Heimat zu kämpfen, in der Heimatstadt. Und auch vor voller Halle, mit vielen Freunden und Familie, im Publikum, eine geile Sache auf jeden Fall. Ich persönlich würde schon sagen, du bist einer der erfahrungsreichsten Kämpfer, die wir auf der gesamten Karte sehen. Du warst schon zweimal in Amerika. Du hast einmal bei der Contender Series gekämpft und zuletzt, also vor kurzem erst, bei der PFL. Wie war das? Wie waren deine Eindrücke aus Amerika? Was hast du am meisten aus Amerika mitnehmen können? Also, es gibt schon einen Unterschied, ob man jetzt in Amerika kämpft oder hier in Deutschland. Und zwar ist es einfach die Wahrnehmung der Leute, der normalen Bevölkerung. Der Sport wird dort total geschätzt. Man wird richtig als Sportler gesehen, wahrgenommen und gefeiert. Jeder möchte irgendwie ein Foto mit einem haben und das ist schon eine coole Sache. Ansonsten, die Events an sich laufen genauso gut wie bei uns jetzt hier mit der Produktion und so weiter. Mittlerweile müssen wir uns in Deutschland da nicht mehr davon verstecken. Aber es ist natürlich immer eine coole Sache und vor allem, weil man halt auf dem höchsten Level kämpft, also mit den besten Gegnern. Und das ist immer eine schöne Erfahrung natürlich. Würdest du sagen, du wirst ja auch dich zum Teil in Amerika vorbereitet haben ein bisschen. Würdest du sagen, die Entwicklung des Sports ist in Amerika einfach weiter? Ja, mit Sicherheit. Dort existiert der Sport halt schon etwas länger und die Möglichkeiten für die Trainings sind einfach zum Teil besser gegeben. Ich meine, hier in München vor 10, 11 Jahren hat man noch gesagt, wenn du gut im MMA sein willst, machst du halt ein bisschen Thai-Boxen und ein bisschen BJJ mit Guy. Das hat sich natürlich auch mittlerweile geändert, aber die Entwicklungszeit war doch eine etwas längere. Also jetzt sind wir schon auf einem besseren Stand definitiv, aber die Amerikaner und auch andere Länder wie die Russen sind uns natürlich immer noch ein Stück voraus. Kommen wir zu einem weiteren Unterschied und zwar war das wahrscheinlich bei der Contender Series so, da war die Waage auch ein paar Tage vor dem Kampf. Wahrscheinlich war freitags die Waage oder donnerstags und samstags der Kampf. Jetzt ist es ja anders. Du hast jetzt samstags die Waage und samstags auch den Kampf. Ihr wiegt euch ein paar Stunden vor dem Event erst ein. Hat das etwas in deiner Vorbereitung geändert an deiner Diät oder sowas oder gehst du da genauso ran wie sonst auch? Also dieser Kampf jetzt bei Wheel of MMA wird in einem Catchweight bis 100 Kilo stattfinden. Deshalb habe ich das Gewicht so mehr oder weniger, muss da jetzt nicht großartig Gewicht machen. Und normalerweise trete ich ein Halbschwergewicht bis 93 Kilo an und wenn man dann, wie du schon gesagt hast, einen Tag vorher bzw. 24 bis 36 Stunden eben Zeit hat zwischen Waage und Kampf, dann kann man das natürlich gut machen. Und jetzt für einen Kampf am gleichen, also wenn die Waage am gleichen Tag ist als der Kampf, wäre das schon ein bisschen schwieriger. Deswegen hat man sich jetzt hier für diesen Kampf bei Wheel of MMA auf einen Catchweight eben geeinigt und deswegen passt es auch so, ja. Hast du dir deinen Gegner im Vorfeld angeschaut oder hast du gesagt, du kämpfst erstens gegen egal wen und zweitens gehst du da sehr allgemein an die Vorbereitung? Das heißt, du schaust ja nicht unbedingt oder ihr schaut euch als Team, als Munich Top Team, schaut euch nicht die vorherigen Kämpfe von ihm an, sondern ihr bereitet euch generell vor? Also grundsätzlich, ich bin immer im Training eigentlich das ganze Jahr über. Diesmal bereite ich mich tatsächlich sehr generell vor, ich trainiere alles, will einfach Spaß an der Sache haben, fit sein. Und ja, und es hat sich einfach so ergeben. Ich habe dem Björn einfach mal eine Nachricht geschrieben, wie es aussieht wegen München. Ist halt eine coole Sache, wenn ich dort kämpfen kann. Er hat mir dann diesen Gegner eben angeboten und ich hatte gleich zugesagt. So ist das abgelaufen, ja. Super, dann sehen wir deinen Fight am 9. April. Alex, ich danke dir für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf den Kampf in München. Ich freue mich, euch alle dort zu sehen. Und es gibt eine gute Show. Ja, viel Spaß dabei, haut rein.